So hallo erstmal Also bei diesem Tutorial geht es halt darum wie man kostenlos an verschiedene Prämien kommt wie zum Beispiel Macbooks, iPods, iPhones, Fernseher, was auch immer was man halt haben will also klick mal auf den Link in der Beschreibung kann man sich hier anmelden man sucht sich erstmal was Schönes aus, was man haben will zum Beispiel zum Beispiel ein iPhone jetzt meldet man sich an die ganzen Daten und bestätigt sein E-Mail dann kann man sich hier anmelden halt so also jetzt geht es halt darum, dass man ein Angebot wahrnimmt zum Beispiel öffnet man ein kostenloses Girokonto oder irgendwas ist egal was auf jeden Fall man braucht nur eins danach muss man eben Freunde werben für das iPhone braucht man 34 Freunde das heißt man geht auf Werben nimmt sich den Link und verteilt den an seine Freunde die müssen sich dann auch anmelden und ein Angebot wahrnehmen so finanziert sich das Ganze auch ja und wenn man das gemacht hat wenn man dann 34 Freunde geworben hat und selbst ein Angebot wahrgenommen hat dann bekommt man sie kostenlos das iPhone zugeschickt ja das war's das war's das war's das war's das war's